Entdecken Sie die Burg Karlstein mit ihren massiven Burgmauern, die jahrhundertelang die kostbaren Reichskleinodien Karls des Vierten beschützten. Lassen Sie sich von der Schönheit der tiefen Wälder um Burg Schivoklad verzaubern, die Karl dem Vierten so sehr am Herzen lagen, dass er niemandem erlaubte, auch nur einen einzigen Baum zu fällen. Bewundern Sie die historische Architektur des Städtchens Kuttner-Horror und kosten Sie den ausgezeichneten, lokalen Wein. Entdecken auch Sie Tschechien auf den Spuren Karls des Vierten und feiern Sie den Geburtstag des größten böhmischen Herrschers und römischen Kaisers. Ja, 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 ja.